Aus dem Titelthema 75 Jahre Israel, der Traum vom jüdischen Staat, aus dem Rotary Magazin 5 2023, der Text Demokratie oder Rebellion von Fania Ostsalzberger. Ich liebe mein Land, aber nicht um jeden Preis. Darum kämpfe ich für den Erhalt der Demokratie. Ich bin von Beruf Historikerin. Als solche weigere ich mich, mich der banalen Schlussfolgerung der Identitätspolitik zu beugen, nämlich dass unsere Vorlieben lediglich eine sklavische Widerspiegelung unserer Geburt sind. Wir sind nicht automatisch Vertreter unserer ethnischen Zugehörigkeit oder anderer angeborener Eigenschaften. Wir sind auch nicht nur Sklaven von Gefühlen. Bei allem Respekt vor Liebe und Zugehörigkeit beruht ein Teil unserer Identität auf rationalen Entscheidungen. Ich bin eine Israelin, die aus dem stammt, was man heute die alten Eliten nennt. Enkelin von vier Ex-Europäern, die in letzter Minute aus ihrem geliebten Europa geflohen sind und statt von den Nazis ermordet zu werden, ihr Leben in Jerusalem und im Kibbutz Hulda neu erfinden konnten. Eine Großmutter, Fania, meine Namensvetterin, überlebte den Übergang nicht und brachte sich in den frühen 1950er Jahren um. Ich wurde mit einer enormen Liebe zu meinem Land erzogen, der frischen Liebe der zionistischen Pioniere. Man kann niemanden dazu erziehen, etwas oder jemanden zu lieben, schrieb mein Vater einmal, aber man kann ihn manchmal mit seiner eigenen Liebe dazu anstecken. Das ist es, was die Gründungsväter und Mütter Israels für meine sehr glückliche Generation getan haben. In Liedern und Literatur, in Landschaften und Gebäuden, vom bäuerlichen Kibbutz bis hin zur mondänen Stadtkultur von Tel Aviv und dem historischen Zauber Jerusalems, haben sie uns mit einer ungeheuren Liebe angesteckt. Sie wurde oft vergrößert und romantisiert, aber es war eine bedingungslose Liebe. Der Talmud schätzt die bedingungslose Liebe nicht. Eine Liebe, die von einer Sache abhängt, sagt er, vergeht, wenn diese Sache weg ist. Er rät von ihr ab. In diesem Punkt, wie auch in einigen anderen, hat sich der Talmud geirrt. Meine Liebe zu Israel hängt von seiner Freiheit ab, aber meine Liebe ist so groß, dass ich dafür kämpfen muss, dass Israel demokratisch bleibt. Eine Sache, für die es sich lohnt, sein Leben zu opfern. Eine bedingungslose Liebe zu seinem Land ist Nationalismus oder sogar Faschismus. Als Historikerin des europäischen politischen Denkens weiß ich, dass eine bedingte Liebe wie die meiner Familie zu Israel, wenn sie von politischer Freiheit abhängt, einen anderen Namen hat. Patriotismus. Ich bin eine Patriotin Israels. Biblische Landschaften und das Wunder der jüdischen Heimkehr sind nicht genug. Es muss ein freies Land sein. Wenn man sich für die Existenz und die Sicherheit Israels einsetzt, ist man verpflichtet, seine Demokratie zu verteidigen. Das gilt auch für unsere deutschen Freunde. Der Staat Israel wurde in Sünde und Blutvergießen geboren. Nur sehr wenige moderne Länder wurden nicht in Sünde und Blutvergießen geboren. Israel hat als Demokratie vom ersten Tag an bis zum Tag der Abfassung dieses Textes überlebt. Und von allen Ländern, die nach 1945 gegründet wurden, hat nur Indien eine ähnliche Bilanz. Es ist eine fehlerhafte Demokratie. Es gibt nur sehr wenige Demokratien auf der Welt, die nicht fehlerhaft sind. Unser Makel ist groß und verheerend. Das Ergebnis unseres Sieges über die Palästinenser und die arabischen Armeen im Jahr 1948 und der Besetzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens im Jahr 1967. Als israelische Patriotin habe ich seit meinem 17. Lebensjahr gegen die Besatzung demonstriert. Ich fand es schrecklich, dass demokratisch gewählte Regierungen in Israel jüdische Siedlungen in diesen Gebieten förderten und einen Verhandlungsfrieden mit den Palästinensern verhinderten. Was aber, wenn die Demokratie selbst plötzlich zum Stillstand kommt? Seit Januar 2023 steht Israel vor einem neuen Unglück. Es handelt sich nicht um eine weitere Runde des bewaffneten Kampfes mit den Palästinensern, der Hamas oder der Hezbollah. Es ist nicht der drohende iranische Atomkrieg. Dieser Kampf geht vom Kern unserer staatlichen Ordnung aus. Die Regierung von Benjamin Netanyahu inszeniert einen Staatsstreich von oben, der nur durch das Gemurmel im Vorfeld der Wahlen im November 2022 angekündigt wurde und der den obersten Gerichtshof der Exekutive unterwerfen wird. Unserer Legislative, der Knesset, sind durch die jüngste Einführung einer strengen parlamentarischen Disziplin bereits Hände und Füße gebunden. Alle Koalitionsmitglieder stimmen jetzt genau gleich ab und sie stimmen so, wie die Regierung es ihnen sagt. Wenn die Justiz ihre Unabhängigkeit verliert, wird Israel entdemokratisiert. Patriotismus ist eine rationale Geisteshaltung. Zahlreiche Israelis haben eine ähnliche Schlussfolgerung gezogen wie ich. Wir werden nicht einem Einbranchenregime dienen, das trotz populistischer Behauptungen über demokratische Verfahren diktatorisch sein wird. Eine logische Schlussfolgerung ist es, ein solches Land zu verlassen und in ein anderes Land auszuwandern, aber diese Option ist im aktuellen öffentlichen Diskurs in Israel erstaunlich marginal. Die Alternativen für einen Patrioten sind, ins innere Exil zu gehen oder zu kämpfen. Das langfristige Projekt ist noch erschreckender. Anti-arabische Gesetzgebung, möglicherweise Verbot der bestehenden arabischen Parteien für das Parlament zu kandidieren, orthodoxes Patriarchat, das Frauen erniedrigt und LGBTQ-Rechte zurücknimmt, Blutvergießen und Hoffnungslosigkeit für die palästinensischen Gebiete. Außerdem wird Netanyahu in irgendeiner Form den drei Gerichtsverfahren entgehen, die gegen ihn wegen Korruption und Betruges laufen. All dies, vielleicht vor allem Letzteres, mit all der Vulgarität des Eigennutzes, die die meisten Mitglieder des Netanyahu-Haushalts kennzeichnet, hat in Millionen von Israelis eine unerschütterliche Motivation geweckt, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Wenn ich während der Demonstrationen mit Freunden spreche, erwähnen sie oft, wie persönlich dieser Kampf für sie geworden ist. Der Bruch der natürlichen Grenzen war einfach zu viel. Ich sehe es als ein kollektives Michael-Kohl-Hass-Syndrom, hoffentlich mit einem besseren Ende. Und darin liegt das Wunder, denn schließlich ist es ein Land der Wunder, von dem Ben-Gurion einmal sagte, wir verlassen uns nicht auf Wunder, aber wir berücksichtigen sie. Eine sehr große Zahl von Israelis ist im Januar auf die Straße gegangen und ist seitdem auf der Straße geblieben. Nach jüngsten Schätzungen haben bereits etwa 20 Prozent aller Erwachsenen Israelis an Demonstrationen, Märschen und Kundgebungen teilgenommen. Eine solide Mehrheit von über 70 Prozent ist gegen die Politik der neuen Regierung. Sogar etwa 30 Prozent der Likud-Wähler lehnen das Blitzgesetzgebungsverfahren und die daraus resultierende Spaltung der israelischen Gesellschaft in sich bekriegende Lager ab. Und innerhalb der Mehrheit ist eine Zivilgesellschaft entstanden, die das tut, was Zivilgesellschaften in den besseren Träumen der republikanischen und liberalen Philosophen tun. Die Freiheit auf die beste, einfallsreichste und gewaltloseste Weise verteidigen. Das war der Text Demokratie oder Rebellion von Fania aus Salzberger aus dem Rotary-Magazin 5-2023.